Hallo Leute, also ich bin gerade losgefahren und unterwegs zum Ring. Wie ihr schon seht, das Auto ist voll beladen, wird also wahrscheinlich viel zu tragen. Also ich werde wahrscheinlich auch nicht alles direkt mitnehmen, aber ja mal sehen, was zu tun ist und was wir brauchen. Also ich bin gerade auf der Autobahn von der Vulkanheifel und viel früher als erwartet. Das heißt, ich hatte überhaupt keinen Verkehr und überhaupt keine Probleme. Ich hatte nachts und wir wollen nie Probleme mit euch. Das war kein Problem. Leute, das nachts nicht. Alleine sind scheiße. Oh ja. Ich bin sicher, dass ich von mir bin. Hey, die macht es nicht wie ihr oder wie ihr? Ja, das ist ja ein bisschen ein Rappel. Ihr habt doch gesagt, wo Videos von uns denn wir haben gemacht. Aber das ist doch so wichtig. Ja, ja. So. Cool als ich komme zu mir. Wenn wir kommen, ja ich bin das halt da, bin ich mir in die Woche. Ich scheiße, dass es den Türkischen darauf kommt. Ja. Außer es ist ganz schön cool und wir werden ja so ein bisschen. Ja. Funktion zu machen. Aber hauptsächlich das mit den Esther-Schriften. Okay. Ohne Scheiß. Das ging im Tragen. Ich glaube ich mache es da auch. Ich trinke aber auch. Ich möchte gerne zum Lied. Ich habe fast eine Granade. Machen wir das jetzt? Ich habe fast eine Lanade. Ja. Ich nehme dich. Ich nehme dich. Wo genau. Der hat es. Mein Gott, was habt ihr alles mit? Wichtige Dinge. Wir haben auf jeden Fall ganz viel Schnickschnack. Ein Platz ist aber beschwert, es wird zu viel Essen verfliehen, ganz ernsthaft. Ein Pool, eine Schi-Shot und eine Poline. Ich hab's alles gespürt. Eins, go! Ja! Hallo Leute, ich bin super müde. Jetzt 7 Uhr war gestern so gegen Mitternacht schlafen. Ja, also es sind einige Leute schon aufgebracht, aber es scheint ehrlich gesagt, es sieht aus, als wären schon alle Campingplätze besetzt. Und ja, es scheint so zu sein, dass heute aber trotzdem die meisten Leute noch kommen sollen. Das heißt, eigentlich haben die alle jetzt einen scheiß Platz. Das Früh-Einreisticket hat sich somit bezahlt. Weil da hinten ist noch mehr blauer Hinweis. Das ist jetzt echt ohrhaftig. Ja, vor allem nicht die Kamera. Entfünft die Kamera weg. Zum Glück hat sich das nicht durchgesetzt. Ich glaube an euch, ihr schafft es. No, no, power, wind. Nö! Damit... Wir werden dich rocken. Wir werden dich rocken. Wir werden dich rocken. Sie fühlt sich nicht so gut. Das kommt auf meinem Blog. Hör auf, oder? Hör auf, oder? Ach nee, ich bin fünf. Ach nee. Auf geht's! The Garbage Fan. The Garbage Fan. The Garbage Fan. Rufen doch so eine Zeit ab. Einmal voll durchsparlern. Wir wissen doch was hier. Wie hier. Die Garbage Fan. Glocken. Dschenden Maßnahmen. Das ist in der Garbage Fan. Glocken. Dschenden$ Die Garbage Fan. Die Garbage Fan. Die Garbage Fan. Dschenden$ If I can call it your life man, baby, this is the safest man. I'm this sick. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Das war mein Gott. Ja, das war ja. Das ist Guardians of our Ghost! Hier ist es klappt. Untertitelung. BR 2018 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 BR 2018